Guten Tag, liebe Lernende, zum Lehrvideo 2, dem Textteil von Viktor Klemperers Buch LTI, Vingua, Terzi, Imperii, die Sprache des Dritten Reichs. Klemperer hat als Philologe dieses Buch 1947 erstmals in Berlin veröffentlicht. Es erfuhr zahlreiche Auflagen und kürzlich wurde es auch verfilmt. Das Buch eignet sich eigentlich nicht so verfilmung, weil es in erster Linie eine philologische Auseinandersetzung mit der Sprache des Dritten Reiches abgibt. Und Klemperer hat nun, und darum soll es hier in diesem Lehrvideo hauptsächlich gehen, viele Begriffe zusammengetragen und im Kontext des Dritten Reiches erklärt. Und da befiel ihm unter anderem auf, dass die Nazis sehr gern das deutsche Präfix ent, ein Verneinungspräfix, benutzen, um bestimmte Sachverhalte darzustellen. Und viele dieser Worte sind dann auch in unsere Sprache übergegangen. So zum Beispiel das Wort Entrümpeln. Entrümpeln steht für das Freilegen von Fluchtwegen im Keller, auch auf dem Boden. Zeug dort sollte weg. Entdunkeln ist ein anderes Wort, das bei den Nazis oft benutzt worden ist. Fliegeralarm. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.